Hallo und herzlich Willkommen bei Wir haben große Äxte! Oh ja, das wird bald der Holzfack-Simulator. Unglaublich. So, wir können uns mit den... The King is dead. Long lives the... well, not he. Er wollte unsterblich sein. Warum darfst du eigentlich schon wieder mit ihm reden? Weil ich cool bin, will ich. Oh, das kann man auch... auch Dingen... zoomen. Nicht zoomen. Durch Dingsen. Ich will noch auf mein Journal drücken, aber ich darf nicht. Jetzt darfst du dem sagen, hey du Spasti. Might have been a thing of beauty. Was das hier nicht alles gibt. Blablabla... Blablabla... gleich so. Begeistert von dieser Konversation. Du hast eine neue Rüstung, wie ich sehe. Äh, ja. Und gleich mal genauer anschauen. Ja, wir beleben uns ja nie gegenseitig wieder. Niemals. Niemals. Und da rennt er weg. Wir werden mir die neue Rüstung nicht zeigen. Doch, ich habe mich noch alles hingestellt. Wir sind alle stolz auf dich. Okay, das Journal sagt auch irgendwas Neues. Können wir mal grob sagen. Wir sollen mit Areos reden. Und... Ja. I respected healer resurrecting source kings. Has this town lost its mind? Okay. Anscheinend war der healer, den ich eh schon die ganze Zeit nicht mehr gefunden habe, derjenige, der den wiederbelebt hat. Weil ich ihn ein bisschen nervig finde. Und wir haben hier drin noch eine Kiste, die wir nicht aufkriegen. Ja, das stört mich ungemein. Ja. Warum renne ich eigentlich? Man kann sich hier auch wunderschön teleportieren. Okay. Areos ist der... Areos redet grad mit irgendjemand? Jep. Ach, mit dir. Ups. Until we meet again. Guck mal mir zu. Ich hab keine Ahnung. Du hängst bestimmt irgendwo wieder drin fest. Was zum Teufel? Was ist das Pidgin für ein Scheiß? Was ist das Pidgin für ein+. Und du redest wieder mit dem Magier, der gerade eine Katze ist. Da hat er allerdings schöne Sachen gegeben. Na gut, und du hast dein Quest damit abgeschlossen. Bis wir wieder treffen! Ich will alles für dich behalten. Anders noch nicht, ich hab hier... Nein, du hast mir gar nichts. Lüg nicht! Überhaupt nichts hast du mir. Okay, hoffen wir, dass es neue Space hier gibt, sonst wird das langsam etwas... Ich will endlich den Wiederbelebungszauber, aber man lässt mich ja nicht. Bist du so zum Angebot? Oh Gott, jetzt knusperst du grad wieder. Ja. Oh man, wie soll ich das Headset denn noch bitte einstellen? Das ist doch zu kurz. Alter, du hast da was für 1200, ne, Ingredients für 1200 Gold verkauft. Ich weiß nicht, wie du dein Headset sonst noch einstellen sollst. Wo ist der Heiler? Thylrion. Ist nicht hier. Haben wir da noch irgendeinen Quest? Du hast dich nicht mit Areos richtig unterhalten. Er hat noch irgendeine... Irgendwas, was man mit ihm reden kann. Unglaublich. Wär ich nicht da, was würdest du dann machen? Wär ich nicht da, was würdest du dann machen? Wär ich nicht da, was würdest du dann machen? Oh, 1350 Erfahrung! Ah, wenn du mich nicht hättest. Was würdest du dann tun? Okay, ist die Questlane jetzt abgeschlossen? Schaut so aus, ja. Habe ich doch hier was gekriegt, ne? Du wirst wahrscheinlich grad am Verkaufen sein. Natürlich! Was würdest du denn sonst tun? Was würdest du denn sonst tun? Okay. Und was haben wir hier noch? Hä? Esmeralda, da ist es. Uh, Esmeralda hat glaube ich wieder neue Items. Ne, schaut nur so aus. Uh, aber nur Scheiß. Schaut alles cool aus, ist es aber nicht. Feig? Noch da, oder willst du grad bloß... Ja, so, jetzt... Sollte besser sein wieder. Naja, nicht wirklich, aber... Wird schon passen. Muss... Es ist zumindest nicht so schlimm wie... Naja. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Jetzt habe ich dann alles so dabei. Nur Scheiß. Okay. Hm, ich kann mich selber heilen. Das ist doch schön. Okay, ich kann hier nicht mehr allzu viel machen. Was haben wir jetzt noch für Quests? Find the Witch. Okay. Wo muss ich dafür hin? Was? Du liest wahrscheinlich irgendwo hier rein. Für was? Ah, ich versuch grad... ... in die Krasse rein zu schliessen. Dafür muss ich erstmal diese Typen finden. Sind die hier drin? Oh Gott. Da knuspert so ein Knäuß. Hier oben? Da bist du... Der Quartermaster. Okay, hier drin ist mal nichts von... ... wie lange... Ich denke, er Find the Witch wird... ... im nächsten... ... Abschnitt sein. Jaja, in diesem Wald dann drinne. Ich bin grad auf der Suche nach dem Fabulous Five. Aber ich find's hier einfach nicht. Die sollen irgendwo bei der Legion sein. Wurde behauptet. Aber nicht, dass ich die hier irgendwo sehne. Wo steht denn hier bitte schon rum? Gesundheit! Nee, wir sind's ja nicht. Wo ist denn die Legion noch unterwegs? Ja, bla bla bla. Ups. Da wollte ich nicht hin. Hier vielleicht. Nein, das ist das Warnhaus. Das ist nichts. Wie? 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 Sie sind tot. Und sie hätten vielleicht gelebt, wenn wir nicht interveniert hätten. Nein! Was denn? Die Org-Tante... Ja. Die unten beim Warnhaus am Hafen ist. Die hat die zwei Guards... ... die sie... ... die sie gefangen haben... ... getötet, ja. Ja, aber... ... und der Chief... ... bis wir wieder ein Spiel finden... ... aber ich hab jetzt immer noch nicht die Fabulous Five gefunden. Ja, die rennen wahrscheinlich nicht hier in der Stadt rum. Ach, im Journal steht hier... ... ähm... ... wir töten alle Ungarn in der Hälfte... ... und wir mussten alle Menschen schützen, die sie schützen. Sie sagten, dass sie die Legion für eine Behandlung überwachen würden. Vielleicht sollten wir sehen, wie sie gehen. ... und wir müssen die Hälfte noch nicht mehr aufnehmen. Jetzt sind wir hier, wo sie sind. Ich glaube, sie sind vor mir. Ihr seid nicht mehr aufnehmen. Schau, dass sie sich nicht mehr aufnehmen und wegkommen. Okay... ... und wir müssen uns zu Hause treffen. Okay... ... bis wir uns zu Hause treffen... ... bis wir uns zu Hause treffen... ... die hatten schon schön Hilfe von uns. Gibt es hier irgendwo ein Hospital oder sowas? Nicht, dass ich wüsste Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt diese Quest hier abgeben kann Guck mal hier rein In die Taverne Kann ja nicht schaden Oh Gott Hattest du so sauer auf mich? Wer ist denn Wolfram? Keine Ahnung wer Wolfram ist Wieso? Wolfram Oh, der weiß ein Zeugs Was hast du so zum Der hat Käse zum verkaufen Käse 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 Okay Auch nichts Sinnvolles Sittesenn Wer ist denn Sheriff? Oh! Oh! Hm? Ich hab, ich hab, ich hab Twitch-Swift-Spells gefunden Ach so Ich dachte, du hättest die schon längst gefunden Nee! Mann, 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 Mann Aber der hat keinen Wiederbelebungszauber Du bist... Hast du Scoundrel-Spells? Hast du Scoundrel-Spells? 2 Du musst unbedingt Wind-Up-Toy So, was macht denn das? Ähm... Ich vermisse Scoundrel, aber er ist... Lernen A Mechanical Bomb That you can control remotely Super Ja, das ist... Wenn du kein Wiederbelebnis hast... Das ist... Oh Gott, du knusperst hier schon wieder vor dich hin Tja Oh Gott, aber so richtig gerade Oh Gott, aber so richtig gerade Ah, Gott Böge mir jemand bitte ein neues Profil Ja, ich seh wie es auch geht Ah, ich seh wie es auch geht Ah, ich seh wie es auch geht Okay Okay Ist irgendwas, was mir helfen würde... Deine... Bis wir wieder Ne, das hilft mir mal überhaupt nichts Das ist gelockt Hast du dich gerade wieder gemutet oder wie? Hört sich so an Autosaved Successful, was machst du denn schon wieder? Gar nichts, ab und zu save das mal so nach einer Zeit Gar nicht Ah Ich versuch mal wieder mit der Oktante mich zu unterhalten Und ich glaube dann gehen wir auch wieder aus der Stadt raus Um mal wieder ein bisschen Action zu erleben Aber so Ja, ich versuch mal wieder Ja, ich versuch mal wieder Nimmst du nicht Okay Das hilft mir alles nicht viel Okay Sollen wir noch diese Area hier südlich machen? Nee, was ist das? Östlich Südöstlich Oder sollen wir weiter in den Wald rein? Ich bin für die Area erstmal südöstlich Das gehört zwar noch zum Beta-Content, aber was soll's Achso, ja Kann ja nicht schaden Achso, ein bisschen Knarzt, knarzt, knarzt Das ist nämlich einfach heiß Ja, machen wir Wo bleibt denn meine Dame? Da Und er hier teleportiert Sehr Ah, da unten war das Gift Da wollen wir noch nicht hin Das kann man, glaube ich, auf dem Rückweg leichter machen Ja Also geht's jetzt durch das lustige Haus Ja Wohl oder übel Ah, wenn der Magier bloß sich selber teleportieren könnte, wäre das Ganze kein Problem Aber da kann's leider nicht Ja Ja, ich kann aber was anderes Oh, da ist ein Schlüssel Und da ist ein Hammer Halt, unsere Enemies haben eine Trap Puh War aber knapp der Herr, ne Also Ah, ein Schock Halt, unsere Enemies haben eine Trap Ah, ja, da in der Mitte ist Nein, ich bin gestunt Was ist das da? Was mir ein bisschen leichter Da oben nur den passenden Schlüssel finden Okay, Errorschafts Und weiter das Haus durchsuchen Okay Diesmal machen wir mal die Episode zeitig zu Ende Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn's euch gefallen hat, liken Und Comments schreiben Und alles, was man so in Social Networks macht Social Media, was weiß ich Wie's auch immer heißt Und ich hoffe, man sieht sich das nächste Mal wieder